Ja, das bedeutet zunächst mehr Platz. Die Patienten können einfach moderner untergebracht werden und für uns Orthopäden ist natürlich so ein extrem langer Flur fast schon der Runway, dass wir die Leute, die wir halt eben trainieren wollen, nach Operationen und wieder zum Laufen bringen wollen, auch einen entsprechenden Auslauf haben. Wir waren vorher auf der ersten Etage, jetzt sind wir auf der dritten Etage und ich denke, dass wir jetzt wirklich einen modernen Standard hier haben, dass die Patienten sehr gut untergebracht sind. Moderne Farben, sie sehen so ein helles Grün, was einem doch glaube ich eher positiv stimmt und mit unserem grandiosen Ausblick schon aus der dritten Etage hier über die Weite. Das ist wirklich eine ganz tolle Unterbringungsmöglichkeit, finde ich.